Achtung Witz. Scherzfrage. Pass auf. Was ist der Unterschied zwischen einer Rolle Toilettenpapier und einem VW 7er Golf mit Automatikgetriebe? Na, na, na? Der Scherzantwort, den 7er Golf mit Automatikgetriebe kann man auch gebraucht kaufen. Und weißt du was der Witz an dem Witz ist? Der Witz ist, dass das überhaupt nicht mehr so witzig ist. Denn mittlerweile gibt es tatsächlich auch gebrauchtes Papier, gebrauchtes Toilettenpapier zu kaufen. Hier, Recyclingpapier aus dem Hause dm Markt. Nein, ich bekomme keine Prozente von dm, wenn ihr jetzt Papier braucht. Das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Ja, dann schönen Tag noch und immer fleißig abspülen. Ende. Wenn du gelacht hast, dann schreib mir doch mal da unten deinen Kommentar in die Kommentare. Also in die Kommentarzeile, wenn du weißt, was ich meine. Tschüss, Feierabend. Bis spät. Wir haben schon wieder halb acht durch. Guck mal da oben die Uhr. So, und tschüss.